Und jetzt sind wir an dem Bezirksabendort von Kantonark, also von den Löwitzbezirken. Das wäre noch kurz. Das Gebäude, das reingehört, unter anderem eben den Turm hier. Und hier haben wir seit sechs Jahren renoviert. Das hat sich gewohnt, auch dann werden wir raussteigen. Ich komme auch für die anderen Bezirksabendung. Ich mache es besser, wenn man schneller mit den Untersuchern mit den anderen. Die Teuneifemang in Alkoha Die Teuneinfemang in de Köln Odermoha Das ist die Köln-Sangekirsche, die wir hier haben. Das ist die Köln-Sangekirsche. Die Köln-Pachröbungen werden in Köln-Yamak. Die Teuneinfemang in die Köln-Yamak02-Modellkante imdigimus oder in der Köln-Wand. Die Teuneinfemang in die Köln-Yamak02-Modellkante. Das ist die Köln-Jamak02-Modellkante. Das ist Wollungslemmen. Ah, das ist Dönen. Ja, das ist denkbar ungünstig im Fallen. Danke vielmals, gell? Ja, herzlich willkommen. Danke. Danke. Aber der Weiner kommt noch da unten. Wenn ich mich in diesem Haus auch noch lehnte, das ist der Kellergerät. Das ist eigentlich der einzige Kellergerät in der Schweiz, der im Keller unten ist. Wir haben hier bei Diensten gewohnt. Und die Lokanen, die ihr oberstellt, das war natürlich für alle Schwestern, die ihr das Holz aufgezogen haben. Aber heute heizt es selten nicht. Also gar niemand mehr glaubt mit Holz. Aber wir haben ganz schön noch Wald. Das sieht man hier so schön. Und hier sehen wir jetzt auf die Unterstadt runter. Hier haben wir noch schon auf die Stadt gebraucht. Und früher hätte man ja auch hier unten nicht einfach noch auf die Flämbare machen können. Aber da unten hätte die Tod gegeben. Und natürlich eben die prüften Torwächter, den Nachtwächter und so weiter. Die Stäge heisst, und unten erzähle ich dann, warum das die Stäge so heisst. Denn das Haus hier, das ist ja das Altersheim gewesen. Das muss man die drei wahrscheinlich erinnern. Die 10. Jahrhundert. Der Schiff da drin ist, aber wir haben ein bisschen mehr. Ja. 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 Also das ist ja schon mal die Stäge. Ja. 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 Da hat es mir Pfeil zugehört. Da ist das fast Pfeil. Das ist nicht böse. Ah nein, es hangt einer dran.